Herzlich willkommen! Herzlich willkommen alle zusammen zu unserer Rock Meets Classic Veranstaltung hier im Hathor Café. Danke fürs Kommen. Bitte begrüßt mit mir Danny Baus und Luke Morley von Thunder, Robert Hart von Manfred Manfred Ernst & Bad Company, Mezena – Master Mike Kent hier, ja, Sie repräsentiert Manfred 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 Ernst & Ernst & Bad Company, mit allen Sensen, wie können wir von dir wünschen? Welche S kommer decir? Wir müssen keine Sorge erzählen, denn wir haben noch ein oder zwei Geheimdienste. Ich denke, dass wir die Songs machen, und es gibt nicht zu viele Überraschungen. Wir sind auch ein spezielles Song von dieser Firma, das ist nicht ein normaler Wahl. Das ist eine Überraschung. Ja, das ist ein Überraschungen. Man von Man und Earth Band. Ich freue mich sehr, dass das mit dem Orchestra zu hören. Es ist eine großartige Rockband, es wäre eine gute Kombination. Muss ich etwas übersetzen? Wenn es so ist, lass mich wissen. Wenn nicht, ist es sogar einfacher. Daddy und Luke, es ist die erste Mal für euch, dass ihr Teil von Rock Meets Classic sein könnt, aber ihr wisst mehr als Robert, weil ihr ihn gesehen habt. Ja. Wir haben über den Rock Meets Classic gehört, wahrscheinlich schon seit dem Anfang. Wir haben über das Gefühl, dass es ein tolles Konzept ist. Und wir haben, glaube ich, versucht unseren Agenten zu kommen, um zu Matt und den Rock Meets Classic zu kommen, seit ein paar Jahren, weil wir wirklich die Idee haben. Und es ist wirklich nur dieses Jahr, dass wir die Möglichkeit haben, und wir waren sehr froh. Wir waren sehr, sehr froh. Wir haben also versucht, nach Berlin zu gehen, in April dieses Jahr, auf der Tour, um es zu sehen, für uns selbst zu sehen. Und wir waren komplett blown weg. Es war alles, was wir hoped es wäre, und mehr. Es war einfach fantastisch. Ja, es war ein Spiegel. Das war die größte Sache. Das war die größte Sache. Obwohl, wie Danny sagte, wir haben alle darüber gehört, und eine große Band mit der Orchestra. Und das ist toll. Aber die Größe, wenn es in fronte ist, ist es fantastisch. Es ist eine extravaganza. Es ist nichts wie es überhaupt, in den USA. Es ist ein sehr cooles Konzept für uns, zu kommen und zu werden. Es ist toll. Und zu hören, sehr gute Songs, von einer nach dem anderen, auf dieser Art und Weise, mit einer Orchestra. Und zu sehen, die Reaktion des Publikums, das war das, was wirklich auf mich. Die Publikums, wenn wir in, wir satten und wir denken, ich hoffe, dass es nicht sehr poliert wird, denn alle sind aufgerissen. Aber die ersten Band kam, alle standen und alle standen. Und sie haben nie aufgerissen. Und das war fantastisch. Und das war einfach so großartig. Und das war einfach so großartig. Und das war einfach so großartig. Wie viele Songs werden Sie performen? 522. Gut, ja. Also alle Songs, die du schon geschrieben hast, und nicht nur. Nein, es wird ein paar. Ein paar. Wir wollen nicht wirklich viel geben, aber es wird ein paar. Okay. So, 4-6. Ja. Was kannst du sagen, über Rob Mix Classic, und etwas Neues? Oder vielleicht über die anderen 3 Aktionen, die werden auf dem Spazier. Wie lange habe ich Zeit? Alice Cooper. Jeder kennt Alice Cooper. Alice Cooper ist eine lebende Legende. Und ich bin sehr stolz, dass Alice Cooper wieder zurückkommt. Er war 2014, und wir waren in Gesprächen, bis dahin, dass er es wieder zurückkommt. Und für uns, es ist das liebeste Kompliment, dass ein Mann wie Alice Cooper kann spielen von seinem eigenen, und er will wieder Rock Mix Classic machen. So, es ist sehr schön. Wir haben eine Setlist für ihn, das ist absolut, der Best-Off, und unglaublich. Ich freue mich wirklich auf Rock with Alice wieder. Er bringt mit ihm Tommy, der Gitarist, der auch mit ihm in der Hollywood Vampire. Er ist ein sehr guter Mann, und wir werden viel Spaß machen. Alice ist sehr professionell und sehr schön mit ihm zu arbeiten. Dann haben wir Robin Zander von Cheap Drink. Ich habe ihn nie kennengelernt, ich habe ihn nie gesprochen, also kann ich nichts über ihn sagen. In der Ende, es wird eine große Überraschung. Aber viele Hits auch. Ja, und gute Musik. Ich kann die Flamme singen, wenn ich möchte, in meinem bathtub. Ich freue mich auf ihn. Er hat immer sehr lustige Stage-Dress, sehr colorfühle. Also, wir werden sehen, was er macht. Und dann haben wir Joyce. Joyce von Mothers Finest, auch eine legend. Und wir sehen, es wird viel Spaß für mich zu spielen die Bass-Gitarre mit einem Thumbtuss. Ja. Ich werde es Ich freue mich. Ich freue mich. Eine Musik. Eine Karte nach der anderen. Für mich ist es schön. Ich weiß, jede Karte dieses Jahr. Es ist eine super Set-List. Es wird wirklich, wirklich, sehr, 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 und sehr, 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 Und was wollen wir mit Boris Johnson machen? Vielleicht Rock meets Classics – 2021? Oh, Gott. Sorry für meine Antwort. Sorry. Und ohne Ambition für Dexit, sind Sie Angst, dass der Brexit auch verändert? Ihr Geschäft auch? Ja. Definitiv. vielleicht nicht. Ich bin nach Hause. Ja. Oder Ich bin nach Hause. Ja. Wir wissen, was wird passieren. Das ist das größte Problem. Niemand weiß, was wird passieren. Auch die Politiker wissen, was wird passieren. Ja. Ja. Sind Sie Remainer? Ja. 100%. Ich denke, für ein Musiker zu nicht ein Remainer ist crazy. Ja, wie viel schwierig es könnte sein, wenn wir die Procedure haben, in Amerika, zum Beispiel. Wir brauchen Wieser, wir müssen zur Embassy. Und es kostet 1,000 Euro als Person. Ja. Also, wenn Sie das in einem kleinen Europäischen Land, von England bis zum Netherlands, Belgien oder Deutschland, bis zum nächsten Mal. Es ist ein Nightmare Scenario. Ja. Und ich denke, es ist ein Awful Ding zu denken. Ja. Ich will nicht mehr Es ist ein Wunsch. Es ist ein